Hantaiwe und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. So, äh ja, was bin ich denn? Wo habe ich, was habe ich momentan? Ich bin noch immer das Herz von Sibon, Osts Mission beenden. Ja, Ost-Ordura wurde von denselben Makern getötet, die auch für die Niskaro verantwortlich waren. Ich muss mich nun allein in die Halle der Briganten wagen, um seinen Tod zu rächen und das Unheil im Keim zu ersticken, was es auch sein mag. Nun gut, dann gucke ich noch mal ganz kurz auf die Karte. Ich bin jetzt gerade hier und da hinten muss ich im Grunde hin. Okay, dann lasst uns mal los. Das ist die richtige Richtung, richtig? Ja, dass ich immer auch wirklich richtig die Richtung habe. Weil so, ich muss mal gucken, da waren ja so Fallen. Ja, das war schon der richtige Weg. Momentan sehe ich ansonsten auch niemanden da hinten. Das ist Pien. Was? Tretet hervor, tretet hervor. Wer redet denn da? Da ist Blut auf jeden Fall. Da ist ein Skelett, oder? Ja. Mehr wagt es. Wir sind die Phalangi. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Okay. Okay, Leute. Was ist das? Okay, Moment. Ich muss gerade mal das hier nehmen. Was habe ich denn noch? Einfacher Blitzsturm. Erfahrungsstärke. Oh ja, den nehmen wir auch mal. Blutungsresistent. Ich nehme mal ein paar. Das macht nichts. Scheibenklaster. Okay. Wirklich habe ich hier nicht so Tolle getroffen. Ach, verdammt. Nein, Hammer ist auch nicht. Der Hammer... Der Hammer ist schon ein bisschen besser. Aber ich muss zu nah ran. Okay, warte mal. Ich muss mal ein bisschen weiter... Ein bisschen weg. Oh, verdammt. Der Hammer ist... Okay. Oh, ich hau einfach drauf. Wisst ihr was? Ich hau einfach drauf. So. Das ist doch toll gewesen. Und nochmal das hier. Oh, verdammt. Oh, Moment. Moment. Shit. Ich nehme mal einen Heiltrank. Oh, nochmal einen. Das ist nur ein kleiner, deswegen. Ah, verdammt. Und dann brauche ich nochmal den. Der hat schon seinen Geist aufgegeben, ein anderer. Aber... Hey, ich habe ihn. Yay. Oh, Gott. Na? Großer Schadensabwehrer. Das da, das da und die Triche. Kann ich alle nehmen? Ich muss noch irgendwo ein Artefakt nehmen. Okay, das muss noch irgendwo sein. Aber der Typ hat doch nicht geredet. Oder? Das war noch nicht dieses, dieses Teil da. So, ich räume hier mal ein bisschen noch auf. Ein bisschen Gold. Nun. Dann vielleicht nehme ich mal meine, meine Chakran. Die sind einfach... Ich liebe die Dinger. Was blitzt denn da hinten? Oh, hier ist auch nochmal was. Noch eine Truhe. Schattenprisma. Ja, die nehmen wir mit. Stab der Dämmerung. Mit Stufe 4. Ja, komm. Die nehmen wir einfach mal mit. Und zeremonielle Beinpanzer. Für was ist das? Äh, ja. Okay, die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. So, da liegt einer. Auch ziemlich vergrümpfelt. Das war noch ein bisschen Gold. Da ist ein Artefakt. Hi. Herz von Siebohnen. Artefakt zur Feste bringen. Okay, achso. Ist da einer gelaufen? Ach nee, das sind irgendwie... Vögel über mir. Jo. Gut. So. Das war es auch schon, oder? Sieht echt auch cool aus hier, finde ich. Hat was. So, das können wir noch mal kaputt machen. Und das können wir noch kaputt machen. Ist ein bisschen Gold. Warum nicht, ne? So. Das sieht auch irgendwie interessant aus. Naja, man hatte nicht... Also man sollte dem Typen nicht zu nahe sein. Ah, da ist doch auch noch was. Schattenbrissma. Schaden, Dingsbums. Irgendein Helm. Huh. Wow. Also 16 ist schon toll. Aber ich habe noch sehr viel mehr als 05 Block effizient. Deswegen... Weiß ich nicht. Trinkt er was? Ich nehme ihn mit. Langschwert Sonnenuntergang. Vier. Verdammt. Ich habe noch Platz. Also was ich draußen auf jeden Fall tun muss, ist eines. Definitiv. Nämlich mal mein Inventar aufzuräumen. So. Ich stehe irgendwo in Spinnengeweben. Leute. Fui. So. Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin hier oben. Aha. Und ähm... Ja. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Da können wir noch... Da ist auch noch ein Ausrufezeichen. Schande. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Schildringfeste? Da ist sie. Boah. Okay, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Äh. Halle der Briganten. Da war ich ja. Ich kann im Grunde... Ne, warte mal. Den hohlen Baumstamm, da hupfe ich jetzt gerade mal runter. Yay. Juhu. Wuppe. Da ist er doch schon, oder? Ja. Das nehmen wir doch nochmal mit. Noch irgendeine Kapuze. Nö. Selbst für ein Blunder ist das Ding nix mehr. So. Und ähm... Das da vorne müssen wir jetzt nicht nochmal machen, oder? Nö. Ich Weltkarte. Und dann Schildringfeste. Möchtest du schnell reißen? Ja, komm. Lass mich mal schnell dahin reißen. Dann hab ich das nämlich auch erledigt. Zum Glück sind die mir nicht mehr böse. Ich hab hier mal irgendwann was geklaut hier drin. So. Wem muss ich das melden? Dir geradeaus. Das ist Tine Delfrig. Ost-Ordora ist tot. Ja. Und so viele Söldlinge ebenfalls. Wir werden um sie trauern. Mhm. Doch zumindest habt ihr es irgendwie geschafft zu überleben. Bemerkenswert. Als Belohnung für eure Tapferkeit erkläre ich euch hiermit feierlich dem Schild verpflichtet und dem Krieg geweiht. Willkommen in unserem Orden, Soldatin. Es ist eine gewaltige Ehre. Also, dieses Artefakt, von dem ihr sagt, es habe die Niskaru herbeigerufen, dürfte ich es sehen? Hier ist das Artefakt. Was? Das ist das Herz von Sibun. Ja. Eagon hat es vor Jahrhunderten in seinen Besitz gebracht. Es sollte sicher in unserer alten Schatzkammer verwacht sein. Wie konnte es jemand von dort stehlen? Das ist ein alt Traum. Weiß zur Helmgard-Feste in Eratel und findet heraus, wie dieser Diebstahl geschehen konnte. Sprecht mit Grian Shane, dem Kastellan von Helmgard. Okay. Entfernt erhalten Helm des Ernstes, Karte aktualisiert. Okay. Was war doch gleich meine Mission? Weiß zur Helmgard-Feste in Eratel. Eratel. Findet heraus, wie das Herz von Sibun gestohlen wurde und von wem. Kastellan Grian Shane wird euch dabei unterstützen. Okay. Normalerweise hätte ich diese Aufgabe Ost übertragen. Macht seinem Andenken Ehre. Schild verpflichtete. Ich bin jetzt eine Schild verpflichtete. Neue aktive Quest Schloss und Schlüssel. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich die Quest ist, die ich gerne machen möchte. Aber okay. Lass mich mal reingucken. So, Schloss und Schlüssel nach Helmgard-Feste. Das wäre das hier. Wo ist das? Oh, guck mal. Da habe ich ja noch einen weiten Weg über die Heide und so weiter. Also, pff. Nö, das ist noch nicht weit genug. Das ist noch nicht nah genug, muss ich sagen. So, Ditenhill. Da wäre doch eigentlich mal. Ditenhill war doch gar nicht mehr. Triff Agathe in Ditenhill. Da können wir mal der Hauptquest nachgehen. Was ist das? Nach Turin suchen. Warte mal, ich muss mal wieder schauen. Quest. Ach, kommt. So, M. Das hier ist dort. Das ist jetzt nicht ganz so weit entfernt. Was war dann noch? Die Schätze des Merubis. Wo ist das? Ah, jebedabadoo. Die sind überall. Ach, das ist das, was ich hier schon gesehen hatte. Ah, da müssen wir mal extra irgendwie los, um, um die mal anzugehen. Oder Heimkehr. Kamdens Schicksal ergründen. Das auch in Ditenhill. Dann wäre doch Ditenhill wirklich so ein bisschen das nächste, wobei diese, ähm, ähm, diese Ausrufezeichen, die würden mich ja schon interessieren, ne? Dass ich die mal angehe. So, wartet mal. Weltkarte. Das ist dann, verdammt, warte mal. Nein! Äh, was habe ich jetzt gemacht? Nee, ich bin immer noch da. Verdammt. So, ähm, ach, Leute. Hä? Ach nee, ich bin jetzt hier. Ich bin total, ah, Halle der Briganten. Nee, wartet mal. Hm, ah, ich bin hier unten. Ich würde gerne zur Halle der Briganten noch hochgehen und von dort oben aus, so, ja. Ähm, wieder nach unten. Also das, ich bin mal ganz kurz gesprungen. Wobei ich ja eigentlich auch noch was verkaufen wollte. Aber okay, ich denke mal. Das ist dann jetzt einfach so. Oh Gott. Leute, nicht wieder spinnen. Nein, bitte nicht spinnen. Nein! Okay, es ist keine Stimme. Lernchef. Zwei Stück von Azana zahlt. Die Kamer war auch irgendwie von oben. Boah. So. Ah, du blinkst noch. Was hast du denn für mich? Einfacher Flammenschutz. Ja, jetzt. Ist alles voll bei mir. Ist alles voll. Aber ich möchte die drei Ausrufe zeichen. So, nee, da ist nichts. Nichts zu holen. Und hier war ich auch noch nicht. Aber hier ist auch in der Nähe von diesem Ausrufezeichen. Wobei ich mich jetzt schon wieder etwas weiter weg... Oh, nein! Scheibenkleister! Boah. Ich hasse diese Dinger. Vor allen Dingen, wie sie auftauchen, ja? Warum muss das nicht sein, ey? Hm. Bleibt mir vom Leiden. Ohne Spinne. Giftspucker. Weg. Boah. Ii, Kitty, Kitty. Boah. Ich mich schüttelze. Wirklich, Mann. Ach, verdammt. So. Wo ist denn der Typ da? Nee, ich muss noch irgendwo außenrum oder so. Nein! Oh, okay. Wartet, wartet. X. Und los! Los! Einmal ein F, bitte. Dann spielen die Arme mal auf. Leer das, leer das, leer das, leer das, leer das. So. Ach, Gott will, ey, Mann. Ich wusste, dass es hier spinnen geht. Doch bin ich immer wieder erschrocken. Aber ich bin wirklich, eigentlich, schaffe ich sie doch echt relativ flott, ne? Weichkrabbelpulver. Alter, das nehmen wir dann mit. So, wo müssen wir hin? Oh, ich will da wieder raus. Ich will raus. Wo bin ich denn? Da bin ich. Oh, ich bin total falsch gelaufen. Okay, dann linken. Nee, ich gehe mal zurück. Und dann nach rechts. So hätte ich jetzt gesagt. Oder? Ich denke mal. Okay, warte. Nach der Karte gesehen. Nee. Ups. Nach der Karte gesehen. So entlang. Genau. Hier müsste noch irgendein... Achso, das war das hier. Eigentlich müsste doch noch ein Stein oder sowas hier sein, was blinkt. Nee, das ist die falsche Seite. Andere Seite. Bin ich nicht nah genug, oder was? Na, ist egal. Ich kann eh nichts mitnehmen, ne? Genau. Hier weicht noch nicht anscheinend. Und jetzt nach rechts, vermute ich mal. Und das sieht aber auch wieder mal... Es sind so viele Spinnen in mir. Ola. Das, 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 das. Was ist das? Kettenbeinschiene. Ähm. Nö. Brauche ich auch nicht. Arme Kerle. Okay. Irgendwie... Bin ich irgendwie unten dran? Muss ich nach oben? Muss ich nach oben? Weil hier oben ist ja... Ist diese Brücke oder so, ne? Verdammt. Ich muss nochmal gucken. Weil ich bin jetzt hier gelaufen. Ja, das ist so eine Brücke. Ich bin unten durchgelaufen. Wie komme ich denn nach oben durch? Hier lang und dann da drauf? Und wie komme ich dann hier runter? Hilfe! Hä? Hä? Da. Absprungpunkt? Sag ihr, wie sie sich verläuft. Ja, so ungefähr. Das könnt ihr euch so vorstellen, ne? So, jetzt hier rechts müsste ein Absprungpunkt doch geben. Aber warum, warum muss ich abspringen? Ah, nee, das ist der Absprungpunkt von oben. Also, ne? So, und dann muss ich nämlich nach oben. Ich gehe mal hoch. So, das ist nämlich dann oben. Da ist noch ein Bär. Den Bär müssen wir nicht unbedingt töten, ne? So, dann gucke ich mal. Wo muss ich hin? Ich bin jetzt hier. Da. Ah, und guckt mal. Das ist meine Ebene. Dann muss ich hier entlang. So, wo ist hier entlang? Hier entlang? Da entlang. Ne, da gehe ich doch schon wieder runter. Hä? Okay, wartet. Ne, da ist doch... Ah, doch, da durch. Komm schon, geh da durch. Das sieht gut aus. Oh, verdammt. Das sind solche komischen Viecher. Da ist noch jemand. Ja, vielleicht sollte ich den retten. Ach so, war da nicht? War das schon? Ah, drei Stück. Äh, na gut. Verdammt. Du hast dich besetzt noch nicht, aber jetzt. Bäh. Ich bin doch stärker als ihr. Da war nämlich jemand in diesem Teil. Und der... Dem soll ich helfen. Ich komme nicht schon. Bitte, ihr müsst den Käfig öffnen. Die Jotun sind satt von der Antilope. Aber ich mag nicht, wie der Große mich angesehen hat. Was ist passiert? Ich habe versucht, einen Weg aus diesem Wald zu finden. Als ich über diese Jotun gestolpert bin. Sie haben mich gepackt und eingesperrt. Von einem Käfig in den nächsten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Lasst mich bitte hier raus. Wer ist Mager? Ein süßes Mädchen. Aber sie will Verpflichtungen, zu denen ich noch nicht bereit bin. Ich musste einfach weg. Sie hat mir immer Geschichten von ihrer Großmutter erzählt. Über Wesen, die Menschen in Tiere verwandeln. Sie hat daran geglaubt. Und damit hatte ich meinen Ausweg. Dass mich Jotun gefangen nehmen, hatte ich natürlich nicht erwartet. Na gut, ich lasse euch heraus. Lupoku, sei Dank. Ich schulde euch etwas. Falls ihr ein Mädchen mit Namen Marga Samok trefft, sagt ihr nicht, dass ihr mich gesehen habt. Erzählt ihr einfach, ich sei eine Antilope. Sie versteht dann schon. Nochmals danke. Orion Wilsa ist ein... Feigling. Oder? Also, hallo? Das liebst du nicht. Echt? Wo ist denn Marga? Ich weiß es gar nicht. Ist die das? Ja. Ah, das ist das, was ich... Das, was vorhin da auch noch war. Äh, Ostuin. Da wollte ich aber auch noch hin. Gott, nach Turin suchen. Okay. Äh, ich muss so viele Sachen, will ich machen hier. Nee, komm mal. Marga. Das mache ich zuerst. Dann wechsle ich gerade mal die Quest. Die Antilope. So, zurück. Und, ähm... Ich gucke mal auf die Karte. Ja. Ach, Leute, Leute. Dann gehe ich mal meines Weges. Achso, wo ist mein Weg? Oh Gott. Hier rechts hoch und dann gleich links. Wenn ich das denn finde. Rechts hoch? Warum habe ich den rechts hoch gesagt? Na egal. Ich gehe auf jeden Fall mal hier entlang. Und... Ich war hier... Oh, da ist auch nochmal so ein Juton-Krieger. Und da ist nochmal einer. Tja, dann sollten wir denen nochmal zeigen, was ein Chakram ist. Oh, das ist sogar der Häuptling dabei. Da kommt noch einer. Noch ein Häuptling. Na? Gibt es denn mehrere Häuptlinge bei euch? Wow. Okay. Oh, da ist ein Skelett. Berührung des Todes. Ob ich das unbedingt... Ah, ich habe was gefunden. Yay, yay, yay. Das hätte ich fast übersehen, würde ich sagen. Und da hinten ist auch noch was. Warte mal, ich gehe erstmal... Kann ich das... Oh ja, cool. Das darf ich mitnehmen. Das ist cool. Und dann einmal Stein des Frühlings. Zwischen Echos goldener Küsten und silberner See näherte sich Lyria. Sie sah die Priesterin schlafen auf dunkler Erde zwischen den Zypressen. Unter dem Glanz des Himmels, den die Morgendämmerung reflektierte. Der Spiegel, der die Sterne reizte, sprach Lyria flüstern zu tiefen. Auf felsigen Sporen von künsterem Stein, hoch oben am Himmel, liegt ein erlesener Sitz den Brüdern so nah. Eine Scherbe der Nacht, glitzernd in der Gischt. Eine Nadel aus dem Meeresboden, den Schleier des Himmels durchstoßend. Dort ist euer Volk meiner Stimme am nächsten. Und so erwachte Bayala Thierin, die ruhige und majestätische, und sah die Klippen an der Küste und Lyrias Zon füßen. Nun gut. Also ich finde immer, das ist sehr leise gemacht dann. Deswegen spreche ich möglichst auch nichts währenddessen. So, da ist sie ja schon. Soll ich ihr jetzt echt sagen, dass es eine Antilope ist? Was denn? Ihr solltet nach Hause gehen. Was? Du hast nicht genug Platz, um die Gegenstände an dich zu nehmen, die du erhalten solltest. Sie wurden in einen Beutesack gelegt, okay. Naja, meine Eltern haben Orain eigentlich nie gemocht. Ich finde bestimmt etwas Besseres. Da war dieser eine Junge. Glaubt ihr auch, dass ich etwas Besseres finde? Ihr habt recht. Ich will einfach nur nach Hause. Vielen Dank. Ja, bitte. Vielen Dank. So, ich habe hier einen Beutesack. Apropos. Äh, oh verdammt. Ich habe auch da nichts mehr viel. Ich muss wirklich, ich muss definitiv in mein Inventar schauen. Ach, ringt es, was auch immer. Giftresistenz. Ein einfacher Kupferband, das mit Magie getrinkt ist. Ich finde die zwei immer noch besser. Muss ich die unbedingt mitnehmen? Brauche ich das? Ich weiß es nicht. So. Was? Du hast im Moment keine aktive Quest. Ja, 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 ich weiß. Das habe ich ja schon wieder erfasst. Ja. Ähm. Warte mal. Was war das mit dem Turin? Nach Turin suchen war in der Nähe, ne? Wobei auch diese Schätze verloren. Ähm. Gut. Da muss ich dann nach hinter. Wer ist das? Warum ist da jetzt ein Fragezeichen? Ähm. Okay. Okay, äh, ich muss aber definitiv. Ich muss mal nach Kennerrock. So, ihr könnt gerne nochmal mitkommen. Dann wäre das natürlich ein bisschen länger. Aber jetzt, ich werde jetzt hauptsächlich, ähm, in mein Inventar das auch mal ein bisschen aufräumen. Und muss mal wieder mal gucken, wo meine Karte denn eigentlich ist. Hier, wie bei Karte. Verlassenes Haus? Nee. Ich will immer nur in das verlassene Haus. Aber das ist ja nicht mein Haus. Meines ist ja nicht mehr verlassen. Das ist jetzt eine Karte. Und ich laufe immer außen rum. Das ist immer sehr schlau von mir, ne? Aber so ist, so bin ich halt. So, hier ist dann auch mein, was auch immer. Und. Ähm. So. Verstauen. Nehmen. Äh. Verstauen. Ich möchte gerne auf jeden Fall die. Das hier verstauen. Äh. Gott, ich habe wirklich viele Sachen bei mir drin. Habe ich das Talentbuch schon gelesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Lagerkiste. Was ist das? Untersuchen. Diese misteriöse Kiste ist leer, enthält jedoch Spuren roten Kristallstaubs, die wohl von dem stammen, was sich einmal linier befand. Auf einem Etikett auf der Vorderseite steht Kristalle von der Brunnenausgrabung. Ah. Okay. Und das lagere ich. Brauche ich sowas? Ich mache das auch mal rein. Geht nicht. Okay. Dann brauche ich es wahrscheinlich noch. Das Talentbuch würde ich gerne lesen. Schattenprisma. Wenn ich mehr als 10 habe, gibt es immer gleich noch ein nächstes, ähm, Platzdings wahrscheinlich. Einfache Umgangsform. Okay. Gott. Hier, guck mal. Das und Medaillon und das hier. Das mache ich alles mal da rein. Und ich habe hier natürlich unheimlich viele Sachen irgendwie auch, die ich gar nicht brauche, ja. So, wartet mal. Ich muss natürlich auch mal gucken. Meine. So, ich habe momentan das Chakram. Das ist Stufe 3 auch nur. Ups. Okay. Ich gucke gleich mal. So. Ähm. Jetzt muss ich mal echt überlegen. Okay. So, ich glaube, da ich jetzt dann doch ein bisschen länger überlege, sage ich jetzt erstmal zu euch ein Tschüss und Goodbye. Ich räume einfach nur mein Inventar ein bisschen auf und um und das ist, glaube ich, auch gar nicht ganz so interessant. Deswegen sage ich jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Schön, dass du hier gewesen warst. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Naipau. Ciao, ciao.